Moin! Morgen ist der 1. August. Ich habe euch versprochen, wir schaffen das. Und es sieht so aus, auch wenn es noch nicht so aussieht. Wir schaffen das. Wir machen morgen um 10 Uhr die Eröffnung. Bis 19 Uhr könnt ihr vorbeikommen und Termine machen. Würden uns riesig freuen. Und ab 19 Uhr machen wir Monster Mega Party hier in Piez. Mit allem, was dazugehört. Und was gehört zu einer Party dazu? Komm mal mit. Zu einer Party wird ein Kühlschrank und der soll die gefüllt sein. Und der ist gefüllt. Es ist nicht so, dass das alles ist. Wir haben noch was. Deswegen, wir freuen uns riesig. Kommt vorbei. Ich glaube, es ist ein geiler Schuppen geworden. Schuppen insofern, dass es eine abgerockte, geile Barber-Shop-Geschichte wird. Und wir starten morgen.